Es war mal wieder ein ganz normaler Tag im Covid-19-Lockdown. Wie immer rannte ich rastlos durch den Wald, verfolgt von nackten Puppyplayers. Das nächste Zoom-Meeting war erst in ein paar Stunden. Ich hatte also Zeit, über meine Zukunft zu grübeln. Jedenfalls stieß ich auf ein verstecktes Häuschen mitten im Wald. Mich überrieselte direkt ein Schauer. Ich war im Haus der zwei Sackleserinnen. Ich war im Haus der zwei Sackleserinnen. Ich war im Haus der zwei Sackleserinnen.